Helene Fischer ist zurück. Mit ihrem neuen Album, das ganz simpel ihren Namen trägt, nimmt die Sängerin Anlauf, um wieder die Chartspitze zu erobern und macht jetzt vieles anders als noch vor ein paar Jahren. Für ihr neustes musikalisches Baby nimmt sich Helene extra eine Auszeit. Sie war sehr wichtig für mich. Ich konnte endlich mal loslassen, zur Ruhe kommen und hatte Zeit, meine Akkus wieder aufzuladen. Während der Arbeit an der Platte Helene Fischer reift die 32-Jährige. Ihrem Job ordnet sie sich jetzt nicht mehr unter. Ich brannte 24 Stunden am Tag dafür. Heute bin ich in jeder Hinsicht ausgeglichener. Und eine ausgeglichene Helene gefällt auch den Fans sicher am besten.